So meine Freunde, liebe Basti meinte, yo Guppi, du wolltest doch die MP testen aus der Season, ich hab einen richtig nice Roll bekommen, und was soll ich sagen? Ja, der ist schon ziemlich lecker, mit Kleinkaliber, verbesserte Geschosse, auskommend, was ich eh sehr gerne hab, mit haudegen Masswork Range, also wir haben eigentlich fast die maximale Reichweite, die möglich ist. Und die Waffe macht auch verdammt viel Spaß, aber ich bin offen und ehrlich mit euch, nein, sie ist, weiß Gott, nicht die beste Waffe im Game. 900 Feuerrat MPs finde ich persönlich allgemein momentan nicht so mega stark, was PvP angeht. Sie hat Spaß gemacht, sag ich nichts dagegen, aber das liegt eher daran, dass MPs allgemein momentan mit die stärksten Waffen sind, egal welche Feuerrate. Aber wenn ich diese Waffe hier mit anderen MPs vergleichen müsste, würde ich auf jeden Fall sehr, sehr weit unten einranken, ziemlich weit unten. Aber wie gesagt, Spaßfaktor war da, Range war nicht da, aber alles in allem würde ich sagen, es ist eine ziemlich solide MP, auf jeden Fall, nicht perfekt, aber ziemlich solide, sagen wir es so. Von daher, ihr wisst, wenn euch das Video zu irgendeinem Zeitpunkt gefällt, gerne einen Like zu lassen, Kanal abonnieren oder einfach einen Kommentar schreiben. All das ist für euch komplett gratis und unterstützt mich wirklich sehr. Von daher würde ich sagen, ich habe mir alles genug geredet, ab ins Gameplay, let's go. Im Boden, daneben, das ist ein zweiter, musst du nicht. Oh mein Gott, fuck nicht ab. Oh Gott. Oh Gott. Ich sterbe beide, ja. Äh, neues Team. Ist aufgejumpt. Ja, kommt weg. Nehmen wir A vor mich. Helf mal, Rainbow. Oha. Denk mit dir. Ey 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 nee, ne? Ne, ne oder Feuer das ist gar nicht mehr. Ach. Oh Gott. Shotgun, ich habe geschossen. Ja, wenn es so funktioniert, ist es wunderbar. Alter, hätte ich auch so haben können. Oh, unlucky. Ich habe ihn nicht. Oh, mein Gott. Habe ich auch. Au. Oh, no. Weiter mal. Oh, oh. Not me. Deine ist oben. Nein, nicht gehitet. Hey. Wollte ich ihn nicht klauen. Leben ist einer so. Noch, ja. Na, das sind wir schon bei 15 Damage. Wollen wir überlegen was? Ne. Ja, ich habe überlegt, ob ich Meeling soll. Doch empfehlen, Meeling oder empfehlen. Eindeutig empfehlen. Warte mal hier. Da. Was geht hier ab? Einer ist rechts und dann ist links unten. Ich hoffe, ich bin rechts drin. Ja. Und das rechts, rechts. Ah. Warum seid ihr so? Oh, nein. Oh, warum? 15. Die Ranges sind actually absolut nicht überragend im Ding. Okay, ich wollte gerade fragen, warum du crouchst auf den zu, drehst dich zu mir rüber und willst auf mich schießen. Hello, my friends. Komme ich irgendwie weg? Nicht, wenn ich es verkacke. Ah, noch einer. 45 Defeats. Fünfer lief eigentlich ganz gut, aber man merkt schon einen Unterschied von 900 Feuerrate früher zu jetzt. Ich mache immer so dummheiten, wenn ich hier auf der Map spiele. Nämlich mit meinem Team rumlaufen, das bis jetzt immer schief ging. Das ist ja ein Moni. Oh. Wollt ihr alle von mir? Oh, Missklick. Millie connectet mich. Ich hasse das Spiel. Oh mein Gott, das darf ich nicht gewinnen. Oh Gott. Er guckt mich schon so böse an. Da ist ein Titan hinter dir durchgerutscht. Danke. Andere haben mich abgeschreckt. Passt. Ich bin auch noch mal in der drin mit Osteostriga. Ich bin mir noch nicht sicher, was das smarteste Move ist. Lass mal den da weg. Mal gucken, ob die hier rankommen. Ey, nice Teamshot. Wer was von Steel sagt, der hat keine Ahnung. Ah. Smart man. Bin ich trotzdem in der Barriere. Ich weiß nicht, warum 900 auf die Range stabil zu halten, finde ich absolut schwierig. Keine Ahnung. Ich finde das einfach weird, sage ich mal. Es fühlt sich einfach falsch. Und das ist eine Spectre, oder? Warte. Das Geräusch war unsichtbar. Das war die, ja. Die Granate. So, so, wenn ich Full Damage mache, easy. Wenn ich kein Damage mache, schräg durch Damage. Job auf hab, schwierig. Oben. Der hab ich. Ja. Warum ich? Ich bin der Letzte, der zur Party kommt. Zwar der Schönste, aber der Letzte. Komm, Team. Nice Team. Nein. Nein, hau drauf. Ah. Ey, ich lecke mit an. Oh, das ist ein paar mehr. Oh Gott. Das macht wirklich Damage. Oh, please. Hilf mir, Brüder, Not. Ja, es ist zu viel Range. Oh, da ist noch ein Gegner. Ich hasse den. Weil ich selbst verkackt die ganze Zeit. Oh mein Gott. Mein Aim ist so shaky mit 900. Warum denn ich? Oh nein. Ein auf zwei. Meine Slug will nicht nachladen. Ein bisschen frech. Äh. Andere Waffe. Oh, das muss. Oh, das muss doch. Ja, hallo. Ich hab's verstanden. Hat er mich gesehen? Okay. Oh, muss doch jetzt nicht sein. Warum kommst du vor? Du bist absolut One-Shot. Das hat null Sinn gemacht. Lauf doch weg. Okay. Okay. Oh, Gott. Du bist näher, als ich dachte. Das verliere ich, glaube ich. Alles gut. Oh, über mir. Ey, weißt du was? Ich bin einfach raus. Und wir sind Freunde, okay? Okay. Ich sag dir okay. Okay? Okay, danke. Eigentlich so, wie ich will. Ja, so ungefähr. Das ist sogar noch Full Damage. Interessant. Oh, oh. Special? Hallo? Oh, shit. No. Ihr sollt um den P. Geh nicht um Titan Melee. Gut, vielleicht spielt der Titan Melee eine kleine Rolle, weil ich hau den drauf, aber hau den drauf, aber hauptsächlich nicht. Oh, shit. What? Gar keinen? Nice team. Oh, mein Gott. Oh, nee. Hilfe. Ah, ah, ah. Team, dreht euch um. Alles gut. Thank you. Meiner ist rübergejumped. Dann müsste noch links oben sein. Wird nur nicht von rechts in die Fresse bekommen. Ah, genau das rechts. Ich hab noch keine Shotgun, Moni. Ey. Na gut, auf so einer kleinen Map brilliert sie natürlich, logischerweise. Brauchen wir nicht drüber reden. Für sowas ist eine 900 Feuerrate gemacht. Oh, ich hätte mir nicht sollen. Oh, oh. Nein, nicht blockieren. Oh, oh, Gott. Was ist denn für Arche? Oh, Mann. Ich kann ja niemand erklären, was abgeht. Weiß er mich selbst nicht. Oh, Gott. Wie genau gehe ich vor? Weiß ich selbst nicht. Ey, der hat 30, 40, 50. Keine Moni drin. Wir haben sie gemersed, der Gute. Ich bin absolut drüber gefahren. Alter, ich bin ja heller drüber gefahren. Ich hab mit 22 Effizienz gespielt. Der eine Tod zwischendrin. Zed. Ich bin ja heller drüber gefahren. Ich bin unig,